Hier ist aber auch echt... Ich hab jedes gute Waffen... ... quasi Haus durchsucht, hier echt nicht... Ich hab auch keine Muni gefunden oder so, oder? Hast du denn irgendeine Waffen? Ja, ein Blade, aber ohne Muni. Da hat die Mosenschuss. Ja, genau. Bist du nur in der Mitte? Ich lebe noch in der Lektor und ich bin auch noch in der Lektor, aber... Wie lange weiß ich es nicht mehr, also ich kann ja nicht mehr lange durchhalten, wenn ich noch... Doch, einfach aus dem Grund, dass wir jetzt ein Stripser... Also ich halte ja gar kein Feindgefecht mehr aus, also... Ich bin ja gar nicht mehr für die Schaffung quasi, eigentlich... ... mich jetzt eigentlich irgendwo verstecken oder so, aber... ... ist ja auch lange, das ist ja kein Spaß. Und außerdem habe ich keinen Lust, mich zu verstecken, warum bringt der auch nichts... Oh, da sind Spieler sogar... ... am Brunnen... ... am Roten Haus, am Brunnen... Ich hätte jetzt eine Waffe, darf ich jetzt schon sogar schießen können. Hey... Sind die freundlich, du, die hätten neben dir Essen... Ich hätte ja auf jeden Fall eine AK gesehen, also freut sich für sicherlich nicht... Von dem bleib lieber erstmal weg... ... oder mit Slade, ey... ... aber bleib lieber mal weg... Ich hätte da ja gehofft, so eine Rekita oder so zu finden, weil ich... ... ähm... ... eine Kör dafür... ... aber... ... natürlich... ... 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 Scheint gerade alle Spaß zu haben. Bein er fliegt los. Die Elfte der Leute hier ist irgendwo mitten auf dem Map. Da bin ich die ganze Küste lang gelatscht und kein einziger. Hast du hier genug Leute, wenn ich ehrlich bin? Alle in der Lekko wahrscheinlich. Wieder auf denen von der Lekko. Die Lekko. Die Lekko. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020